Hallo zusammen, ich bin Eliano. Mein grösster Wunsch ist mal Lappmaschinenwerk zu werden, wie der Grosstäddy. Ich bin in der ersten Klasse. Ich weiss, wenn ich next werden möchte, dann muss ich gut sein in der Mathe, im Technischen Zeichnen. Und ich muss Freude haben am Arbeiten in der Werkstatt. Jetzt zeige ich euch den Arbeitsplatz der Mechel. Kommt mit. Hier machen wir die neuen Maschinen des Lieferungsvereins und Reparatur und Service. Musik Sehr spannend ist, dass wir die Maschine selber nicht bauen. Musik Bis zum nächsten Mal. Bei den verschiedenen Übungsfests können die Lernenden üben. Die Ausbildung hat vier Jahre. Wir üben am Motor, an der Hydraulik, Getreiben, Elektrik, Elektronik, Drehen, Schweißen und Schleifen und noch vieles mehr. Und was ich besonderes gerne mache, ist den Aktor fahren. Bis bald!